Servus miteinander, in diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, welche Pflichten ein Arbeitgeber resultierend aus einem Arbeitsvertrag hat. Zunächst einmal ist wichtig, dass die Pflichten des Arbeitgebers die Rechte der Arbeitnehmer sind. Geregelt ist der Arbeitsvertrag, das ist eine Form des Dienstvertrages im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 611. Wir schauen nun auf vier entsprechende Pflichten des Arbeitgebers, das ist die Beschäftigung, das ist die Fürsorge, das Zeugnis und die Vergütung. Schauen wir zunächst auf die erste Pflicht des Arbeitgebers, nämlich die Beschäftigung. Wichtig ist hier also, dass der Arbeitnehmer nicht nur die Pflicht hat zu arbeiten, sondern er hat auch das Recht beschäftigt zu werden und zwar entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen des Arbeitsvertrages und das natürlich auch, wenn er schon eine Kündigung ausgesprochen hat. Wichtig ist dann hier noch das Recht auf Teilzeitarbeit. Das hat man, wenn man bereits sechs Monate in einem Unternehmen arbeitet und dieses Unternehmen, der Betrieb, mehr als 15 Arbeitnehmer hat. Auszubildende zählen in diese 15 Arbeitnehmer nicht mit rein. Dann kommen wir zum zweiten Pflichtbereich des Arbeitgebers, nämlich die Fürsorge für den Arbeitnehmer. Er muss also zum Beispiel die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften einhalten bzw. dafür sorgen, dass diese am Arbeitsplatz eingehalten werden können. Generell muss er die Gesundheit des Arbeitnehmers im Blick haben und er muss auch den Arbeitnehmer zur Sozialversicherung melden. Ganz wichtig und natürlich auch was sehr Schönes für den Arbeitnehmer ist natürlich, dass der Arbeitgeber Erholungsurlaub entsprechend gewähren muss. Darüber hinaus müssen natürlich alle Arbeitsgesetze, die gelten, entsprechend eingehalten werden. Wie gesagt, dies alles dient der Fürsorge des Arbeitgebers dann für den Arbeitnehmer eben entsprechend. Und das liegt natürlich aber auch im Sinne des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat außerdem die Zeugnispflicht. Das heißt, auf Verlangen des Arbeitnehmers, also nicht automatisch, sondern wirklich nur, wenn der Arbeitnehmer danach fragt, dann muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein entsprechendes Arbeitszeugnis ausstellen. Also wenn dieser das Unternehmen verlässt. Und hier kann man dann noch unterscheiden das einfache und das qualifizierte Zeugnis. Das einfache Zeugnis beschreibt lediglich die Art und die Dauer der Beschäftigung. Also welche Aufgaben hat man übernommen und wie lang war man im Unternehmen? Das qualifizierte Zeugnis dagegen beschreibt auch noch, wie sich die Person geführt hat und wie die Leistung der Person war. Wichtig ist eben, dass dieses Zeugnis, es ist also Pflicht, dass der Arbeitgeber es ausstellt, aber es ist nur dann Pflicht, wenn der Arbeitnehmer es verlangt. Also wenn ihr einen Arbeitgeber verlasst, dann fordert doch, wenn es euch weiterhilft, entsprechend ein solches einfaches oder qualifiziertes Zeugnis an. Die vierte Pflicht, die wir uns jetzt anschauen, das ist die Pflicht des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer zu vergüten. Und zwar entsprechend wie der Vergütungsbetrag quasi im Arbeitsvertrag vorgesehen ist. Ist hier kein Betrag festgelegt, dann geht es eben entsprechend dem Tariflohn. Ist nichts anderes festgelegt, dann bekommt man das Gehalt entsprechend nach Vollbringung der Leistung. Bei einem Monatslohn also zum Beispiel, arbeitet man den ganzen April und bekommt dann am 1. Mai also nachträglich entsprechend das Gehalt überwiesen, also spätestens bis 24 Uhr am 1. Mai. Ist dies nicht der Fall, dann kann man als Arbeitnehmer sogar Verzugszinsen vom Arbeitgeber entsprechend verlangen. Wie sieht das Ganze jetzt bei Arbeitsunfähigkeit, also bei Krankheit entsprechend aus? Wichtig ist hier, dass wir von einer unverschuldeten Krankheit sprechen. Also man hat sich nicht quasi absichtlich krank gemacht. Wenn man bei einem Unternehmen anfängt, hat man hier zunächst mal vier Wochen Wartezeit, bis man dann überhaupt, wenn man krank ist, trotzdem Arbeitsentgelt bekommen kann. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, entsprechend, wenn eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, bis zu sechs Wochen, also wenn die Arbeitsunfähigkeit so lange eben dauert und nachgewiesen ist, eben bis zu diesen sechs Wochen das Arbeitsentgelt zu 100% dem Arbeitnehmer weiter zu bezahlen. Wichtig ist, dass dies für eine unverschuldete Krankheit gilt. Es gibt jetzt zum Beispiel auch noch sogenannte gefährliche Sportarten, zum Beispiel sowas wie Wingsuit fliegen. Und hier geht man einfach so ein extremes Risiko ein, dass man sagt, der Arbeitgeber muss hier dann nicht entsprechend leisten, weil das Risiko so hoch ist. Und das gilt nicht nur bei gefährlichen Sportarten, sondern auch, wenn man halt einfach sich hier extrem überschätzt, beziehungsweise ein Risiko eingeht bei anderen Sportarten, die einfach die eigenen Fähigkeiten übersteigen. Und das wäre zum Beispiel vorstellbar, wenn jemand das erste oder zweite Mal in seinem Leben auf Skiern steht und dann direkt auf die vereiste schwarze Piste geht und hier entsprechend dann ja im Resultat arbeitsunfähig wird. Hier ist es dann eben so, dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet wäre. Für die Vergütung bei Arbeitsunfähigkeit ist außerdem noch wichtig, dass der Arbeitnehmer ein ärztliches Attest braucht, dann wenn seine Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage am Stück entsprechend dauert. Da haben wir ja jetzt einiges über die Pflichten des Arbeitgebers, die gleichzeitig die Rechte des Arbeitnehmers bei einem Arbeitsvertrag sind gelernt. Dann schauen wir jetzt einfach noch mal eine Runde in die Zusammenfassungsfolie. Und dann fass uns Folie.